Landau, Landau. Es wird ein Riesendebakel da draußen, ich sag dir. Scheiße, da nicht in die Hosen, bevor es losgegangen ist. Hat deine Sicht gar beieinander. Jetzt müssen wir auf die zwei Minuten alles. Komm, komm, weiter. Ja, Spitz doch. Sag mal, wo bleiben deine Leitrads schon weit? Hört gerade die Sakramente, die müssen anfangen. Ja, die kommen schon. Aber weißt du, was dir ich sag? Wenn da einer runterfällt und sie es knackt bricht, dann können wir einpacken. Jetzt tu dich doch nicht gleich da runter, Mensch. Das wird schon gut gehen. Auf jeden Fall spielen wir jetzt erst einmal Fußball. Jetzt geht's, geht's, weiter. Jetzt haben wir den Scheiß. Jetzt können wir den Scheiß. Sind Sie die Verantwortlichen? Ja. Ich verhafte sie wegen Durchführung von einer illegalen Veranstaltung, und verstoßt es gegen den Versammlungsverbot und Gefahrtung von der offenlegenden Sicherheit. Abfuhren! Schleich die du Armin's auf! Ich schiss den Armin! Watch out, guys, they're coming!